Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfoss! Heute mal alleine wieder und wir spielen heute auf dem Sniper Hill eine Runde Fernkampftraining. So, so I training my aim, ja? Get on my level, bitch! Außer natürlich der Typ, der glitcht uns gerade weg und ich treffe auch noch grad scheiße. Und ich möchte dieses Video nutzen, um eine kleine Ankündigung zu machen. Dieses Video wird am Mittwoch herauskommen, deswegen nicht aufregen, dass jetzt Dienstag und Montag nix kam. Erstmal generell sorry für die letzte Woche, dass nix kam. Ich hatte einfach nix vorproduziert und das Verbot, wie gesagt, hab ja dann schwerer zu schaffen gemacht als gedacht. Ich hab jetzt auch kaum Videos auf Lagern und dieses eine, weil jetzt ist nochmal Ausnahmefall, weil es halt die 99. Folge ist. Die 99. Folge wird auch eher ein Ankündigungsvideo sein. Ähm, weil ich möchte die 100. Folge ja irgendwas Besonderes machen, 100 Folgen erreicht man nicht alle Tage. Und ich hab mir gedacht, viele haben irgendeinen Pick-and-Win-Special gemacht, das ist mir alles zu unpersönlich. Ich möchte irgendetwas machen, womit ich beweise, ich hab 100 Brickfoss-Folgen gemacht, aber nicht für mich, sondern für euch, für die Zuschauer. Und deswegen hab ich mir jetzt was ausgedacht, worüber ich denke, alle glücklich sein werden, vor allem meine Zuschauer. Mich weniger, mich kotzen so, mich kotzt was an, aber dazu gleich mehr. Und zwar hab ich mir gedacht, dass ich mit euch zusammen eine, die 100. Folge, dazu müsste ich jetzt mal ganz kurz, kurz Moment, ich bin ja verpeilt. Kurz Licht an bei mir im Zimmer, dann kommt jetzt mein Kalender, beziehungsweise mein Hausaufgabenheft, ja. Und dann lege ich jetzt den Aufnahmetermin für die 100. Folge fest. Das werde ich am 7.3. um 15 Uhr, werde ich diese Folge aufnehmen, bitte um 15 Uhr bei Skype anrufen, ich werde mal schnallen mit der Tumor, werde ich nicht machen, aber so in der Dreh anrufen, ja. Ich werde auch einen Raum eröffnen, der heißt 100 Folgen BF oder irgendwie sowas. Und dann würde ich nämlich gern in einer Konfi mit all meinen Abonnenten einfach mal eine 8-Minuten-Runde spielen, auch komplett aufgenommen. Egal welches Alter ihr habt, egal wie alt, ob ihr Fan seid oder, na gut, wenn ihr Hater seid, dann bitte bleibt draußen. Aber das würde ich mir schon sehr wünschen, einfach wie gesagt, euer Feedback, euer Support, könnt ihr mir mal richtig schön auf die Eile gehen und zeigen, dass ihr besser seid als ich, sowas halt. Und was ich natürlich auch noch am wichtigsten finde, ist, dass wir dann auch wirklich viel Spaß zusammen haben. Wie gesagt, 100 Folgen mache ich nicht für mich, sondern für euch. So, ähm, ich sag nochmal meinen Namen, für alle, die jetzt nochmal neu dazugekommen sind und denken, boah, den Spaß, die ziehe ich dann zur 100. Folge ab. Skype-Name Gameplay3050, ich freue mich auf euch, auf alle Kontaktanfragen, die kommen oder auch nicht, juckt mich nicht. Und wir sehen uns dann zur 100. Folge, ich zocke jetzt eine Runde VIP-Lager, die mir noch viel zu lange geht, eher nicht. Keine Ahnung, hier gibt's gerade keine gute Map, wo ich reingehen kann. Ach ja, aber ich zeige mich auch hier im Shop. Das hab ich gerade eben schon, wie die meisten wissen, ich mach ja mit Didavi in letzter Zeit öfters mal ein LPT. Und es gab, ich möchte das euch noch nicht nochmal zeigen, oder was ich selbst noch zeigen möchte, wie die meisten wissen, ich sammle ja Snipern. Und dieses letzte, äh, dieses letzte, diese Waffe, das M06 Impulsgewehr, das dürfte kaum einer von euch haben, das werde ich dann auch mal in einer bald, wenn ich bald wieder mal eine Folge mache, das werde ich dann auch nochmal testen. Genauso wie die vielen anderen Waffen, die ich hier hab, die warten alle nur darauf, getestet zu werden. Mal gucken. Ach ja, ich hab jetzt auch noch ein paar Coins, wie ihr seht, ich hab 60 Coins. Ich werde jetzt mal anfangen, etwas Spaß damit umzugehen, das schaff ich sowieso nicht. Och Gott. Und, da macht jemand den, ähm, Chatbug, HTML-Codes. Ich möchte jetzt auch nicht im Video zeigen, wie das geht, da ich dann ein Bann riskiere, falls ich euch da unterrichte, meine lieben Padawane. Und deswegen, ich möchte einfach noch jetzt mal ein bisschen darüber reden, 100 Folgen Rig Force. Wie, wie, ich weiß, ich hab's schon mal gesagt im Video zu den Level-Up zu 4 Millionen XP. Für mich wird sich jetzt einiges ändern, ich werde nur noch am Wochenende auf den PC onkommen können. Auch dort was aufnehmen können, wie gesagt. Die Videos werden qualitativ nicht, also auch qualitativ werden sie auf gar keinen Fall abnehmen. Das geht ja gar nicht. Ich hab ja jetzt schon so ein niedriges Niveau. Ich hab auch geile Themen, über die ich quatschen kann. Zum Beispiel, wir haben zwei Neue in der Klasse, den Peter und den Erik. An dieser Stelle grüße ich mal die beiden. Hallo Peter, hallo Erik. Wir sehen uns am Montag wieder in der Schule. Erik übrigens, äh, Erik. Peter, du bist ein Spaß, du hast vergessen, mich bei Skype zu enden. Und, ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie viel lang ich jetzt noch aufnehmen muss. Ich laber einfach noch ein bisschen. Jedenfalls, ihr seht hier auch meine XP. Viele haben mich ja gefragt, wie viele ich habe. Ich hab 5,21 Millionen. On the road to Grad 6. Freu ich mich auch ein bisschen drauf. Und wie gesagt, zur 100. Folge wird auch noch was anderes passieren. Freut euch drauf. Oh, Fred ist online. Der war lange nicht mehr da. Da wird etwas passieren, was, ich denke mal, die meisten kaum erwarten werden. Die 100. Folge wird auf jeden Fall etwas Besonderes werden. Freut euch auf jeden Fall drauf. Und dann hoffe ich einfach mal, euch hat dieses Video jetzt gefallen. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe mal, es war jetzt lang genug. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel enttäuscht. Aber das Video war jetzt eher so ein Ankündigungsvideo für die 100. Folge. Denkt dran, der Termin steht 15 Uhr, nächster Samstag. Beziehungsweise kommenden Samstag. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.